Ach, den hab ich gar nicht geredet. Siehst du mal Sachen? Ich bin ja mit den Geilen. Das ist jetzt hier nicht nur speziell. Ist das strengig? Aber jedenfalls ganz gut. Nicht zwar viel. Aber ich mache den Br Regina. Es ist ganz gut. Wir wissen, wenn wir in 18.30 Uhr können. Oh, okay, okay Das ist ein ganz normaler Schalter. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.